Wenn du könntest 10% von dir halten, dann bist du bei 90% Pfannkohle. Ganz gut. Okay? Next. Also Fähigkeiten ist was? Das ist eine Fähigkeit, das ein Torwart braucht? Okay. Konzentration. Konzentration, ja. Enneinflexion. Reflexe. Gute Reaktion. Gute Reaktion. Enneinflexion. Was? Enneinflexion. Also seine Energie einzuteilen. Das sind nicht so meine Fähigkeiten. Schrittschuh laufen. Guten Butterfly. Dehnbar. Was? Dehnbar. Stretching. Dehnbar. Stretching. Vielleicht viele verschiedene Ziele gegen irgendeine Mannschaft. Ja, also kannst du auch. Jetzt ist ja Abend auch Spiel. Meredith. Hagelt mit dejar Temperature. Hm. Ge Glasschiff. In hamburg. Wirr mit. Wirr mit. Wirr mit.